Servus und wir kommen zurück zur zweiten Runde, ja, nice, ahaha, guck mal, ahahaha, ja, servus meine Lieblings und Mädels, wir kommen zurück zu einer neuen Folge, Plants vs. Zombies, mit dem Tuber zusammen, ich bin heute beide Ingenieure, ich den Maler und du den Schweißer, ne, den Schweißer, ja, den Scheißer Schweißer, mein, wie ich es ja nenne, das, mein Pendant im PVZ quasi, wieso stirbt der Kerl nicht, stirbt, juhu, ja, auf jeden Fall hat sich der bei mir von Melanie Busch gewünscht, die gute alte Melanie, die Melanie, ähm, bei mir ein Doppelwunsch und zwar, ähm, oh, zwei neue, und zwar Beat Brother TV und, äh, warte Sekunde, will ich das richtig vor, I Do Boo, ist das richtig, ich denke schon, I Do Boo, die haben sich das gewünscht, ich soll bitte den Maler spielen, Sogar der, der letzte Kommentar war sogar noch mit einem Like, also von daher tipp ich mal, das war wahrscheinlich derselbe, der sich das gewünscht hat, so, heißt er hat sich ein zweites Erkonto erstellt und einfach nochmal geliked, oder was? Äh, nee, ich meine damit wahrscheinlich, hat wahrscheinlich, äh, Beat Brother, Beat Brother TV wahrscheinlich I Do Boo geliked, würde ich mal tippen. Oh, hier ist irgendwo ne Plasma, also, gestaubsaugt, gestaubsaugt, ja, tust du das, ist immer wieder schön, ne, was, ist es gerade 19.11, was, what the shit, wie kann das denn sein, Ich hab das gerade gesehen, äh, oh, da oben schießt irgendwo ein MG auf mich, das ist aber nicht so nett, weil es war kein MG, es war einfach nur ne, fuck, wir waren das, ach, das war Pille, komm schon, ach, Entschuldigung, ey, da auf dem Dach ist irgendwo eine, ne, Ja, toll, ich wurde eingeraucht, dankeschön, ihr habt's, ihr habt's mir versaut, ihr habt's mir versaut, immer wieder gern, ihr war ein Stock gekraut, huiip, kabams, ey, das ist aber nicht so nett, ne, was du da machst, was, ah, hier, die Plasma-Erbse, die gibt mir, oh, Alter, nice, die Plasma-Erbse, die gibt mir, oh, ich den erwischt habe, ja, die wollte mich gerade irgendwie abfacken, so ein bisschen, aber ich hab's nicht zugelassen, Ich hab's hier, hoch, den Pogestick, mit dem Postdoktor, machen wir mit dem Postdoktor, ja, komm mal hoch, lol, oh, wie kann der weniger wie 15% an sich haben, ey, was kann das nicht wahr sein, hä, 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 nein, weiche, ah, Hilfe, das war fies, Gott, das war fies, könnt ihr mal weggehen, bitte, was ist denn das, warum haben jetzt mich alle gefokust plötzlich, gesichts agro so ich werde hier alle fünf minuten takt werde ich in so eine gruppe in origin eingeladen ist doch schön toll ja nur das ist man will sich mit die gruppieren ist fast so als er mit ihr schlafen würde nur halt mit mehreren ohne kind in etwa so so in etwa voll dumm geschehen voll dumm geworfen wiedersehen weder du spaß die auf dem dach schon mal eine kraft bei ihr dank meinem dank meinem presse haben wir gewonnen wird hier gerade von irgendwo abgeschossen echt das wahrscheinlich gut oder so leute mögen dich nicht so alles weg ne übrigens wenn du hung auf den eis hast du kannst dich gerne beim kopf bedienen warte längstens schnapper nein hat ihn gefressen nein tötet ihn ach menno kann es sein dass das er war es nicht ich dachte gerade es wäre ein gewisser kollege mit der zahl 2000 und von dem tier egal teleporter ist auf der anderen seite irgendwie gewisser kollege mit der zahl 2000 und im tier ja 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 nicht ungefähr so den namen hast du mal daran gedacht wie ich meinen könnte nö genau den meine ich genau den so ich dir mal gerade hier durch oh das heißt ne sonnenblume fachs auf lauf nicht rechts rein das war nicht dinsen scheiße hier weg barney barney nein oh nein ich habe gerade noch eins gedrückt und menno manno ich bin inkompetent du bist gestorben ja und hast rumgeschrien dass da eine sonnenblume hockt ey ich bin da mit 15 hp reingelaufen ja oder mit ungefähr 20 also auch wenn du damit 100 rein wärst du gestorben du genios ich hab's überlegt ich dich auch barney barney bei schnappen weißt das da zwei staffer drin sind ja dann macht ihr das mal solltest gestorben schlicht für dich er ist tot leute ja der schleim hat nicht so weit bereich ne krass die leute ich habe gerade so einen kleinen herzenpfad gehabt weil ich reiter wie viel er aushält what the shit aha achte der will ihn hier wiederbeleben barney stensen alter hat er wiederbelebt kriegt ne total die schlacht ja ich brauch schnell auf alter das war jetzt aber echt ein fight hier mal ohne scheiß das war echt ein fight hier was macht der ist der dumm oh achtung bohne erbse von hinten oh gott oh na ja da war auch eine bohne ja ich meinte erbse und bohne achtung schnapper 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 auf der treppe auf der treppe auf der treppe ist da und wir wurden weggenänt sie gut aus wir wollen ja gerade alles auf drei auf uns zahlbar äh wir haben die raketenboots sind einfach der burner ich bekomme einfach kein kill jetzt follow und zwei gut spiel hat mich erheuert dankeschön bekommen kein kill direkt zwei sehr gut auch drei ich komme runter noch drei auf direkt ein bisschen heilung ich habe gerade keine heilung story ich bin leider gerade ingenieur ich sag mal bitte weg danke cool ich wurde gerade du bist so ein arsch ey mann dankeschön ich war zur hälfte fertig du penner ich weiß ich glaube ich hier rausgeholt das ist nur so ein arschloch sein drohen bauen ist gefährdet so ab geht's der ist irgendwo ein schnapper ne über uns oh nein es hat nicht mehr viel leben gehabt die dreckigste heilung der welt die spürt so viel scheiße raus dass man gar nichts mehr sieht und halt so schön langsam Alter wie hier einfach alle schnapper spielen ne das ist voll unglaublich so wie viele schnapper hier sind alter weil die schnapper epidemie oh oh gott ey ich mein ein glück ist was die ingenieuren sind ey das war ja schlimm sonst kann man sie ja wenigstens noch raus haben aber ich glaub das wird sowieso nicht mehr ganz ehrlich wer ist hell getötet wer hat hell getötet die kann man mit einem rugbywerfer jemanden in der luft töten das trifft man doch nie Hä? Rugbywerfer natürlich du musst ja nur vorhalten ja ne du sollst mal reingehen ne da bin ich total außer Acht gelassen grade ich bin doch grad auf meinem hehehe hehehe oh nice die borne war geil die borne war richtig gut weil ich denk mal das schafft man noch oder? äh come on please ich bin tot einer oh schade das war wirklich knapp schade schade hätte mich die borne nicht erwischt hätte ich vielleicht noch die ganze Aktion retten können vielleicht verstehe auch die meisten Leute nicht die dann einfach so bei 10 Sekunden im Garten liegen doch warten dass die gewetzt werden mach dir eh keine ne kannst du da so sehen komm ich brauch noch zwei Päckchen weil wir müssen sowieso noch zweite Runde hinterher liefern dann kommst du eh nicht drum rum ja was haben wir denn hier juhu 5 Sterne überspringer ja so ich muss noch mal auf wir werden mal wieder die die anderen Päckchen zu kaufen ich kaufe immer nur die Zombie Päckchen naja egal dann äh bis gleich dann würd ich sagen bis gleich Servus und wir kommen zurück zur zweiten Runde da nice aha guck mal hahaha ich hab den ersten Kill vor dem Ding uns gemacht nein das darf doch nicht wahr sein ey wie geil ich hab den ersten Kill vor dem Runden Beginn gemacht der arme Junge ey wie geil ist denn das ey alter das ist mir noch nie gelungen hammergeil alter hahaha Achtung wir sind da da sind sie ist mir gerade relativ rätsel da müssen wir nachher echt mal schauen was äh was hier nachher bei beim ersten Schlag steht die Zeit ja bin ich ja mal gespannt das müsste ja dann eigentlich äh was mit 40 sein oder sowas so minus 8 hammergeil ey hahaha cool ey ey ich dachte ich schieß einfach mal auf gut Glück ey hammergeil ey triff doch noch jemanden triff doch noch jemanden ey juhu schau mal ich hab den auch noch dreimal getroffen ich musste den ja dreimal treffen den Kollegen ja aber dann wurde ja schon bei jemand anderen getroffen ne schau mal auf hol ach hier komm du bist ein genius der bei der Pants ich kenn wir doch auch hi bei der Pants oh damn Junge ich kick hier mein Equipment um Moment ja klar doch gut dass ich vor dem stand Moment äh rechts vom Teleporter ist ein Schnapper dieser Christiansen Typ da ist er kann ich Christiansen jup musst du aufpassen das ist auch schön zwei von uns stehen einfach im Garten und schießen den hier ab äh beim Leben ich hab mich gerätzt dankeschön ja natürlich kriegst du den geil du glaubst du noch in seine Mien in seine Falle rein bist du blöde na wer kriegt den Wettlauf um den Teleporter war sehr gut dass wir beide in den Ingenieur spielen haben wir wieder richtig äh abgesahnt bei der Wachenplanung ich finde ich finde ich finde ich es gut wir machen jetzt zum Glück keine Wochenplanung zusammen daher das heißt es kann eigentlich nicht passieren ne hallo ohne ich schieb dich weg aber bin tot wollte ich kann ich noch in die Bohnen rein drücken aber es hat nicht ganz geklappt da waren das oh Kai Christiansen hat gewechselt auf jeden Fall down gehen hier äh hier schnapper schnapper der hat mich nicht nur einer mein Progestick ist nicht nur einer ach ach leben ich will doch mal eine Heilung oder so hallo hier stehen zwei Ingenieure will mal wer eine Heilung stellen drei ja Ingenieure der die auch Heilung stellen können ja ja stell mal hallo inkompetent red ich bei uns was kaputt ich bin ja am bauen ja ich bin schwer beschäftigt ich bin mein Lego am zusammenbauen hier ja so eine Box Lego Steine daraus baut Outline ja hallo natürlich zombots bestehen aus Lego ach guck mal ach guck mal jetzt hat er mit dem mit dem Ding ist nichts gerissen jetzt ist er auf den auf die auf die Erbse gewechselt ja eieieieiei muss ja schwere Nöten schwere Nöten es werden schnapperding oh verknoppe ich ist doch süß er tötet mich ne der nicht gut du scheiße alter ja brumm 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 also man muss den Leuten mal langsam lassen die bewegen sich schon gar nicht mal so schlecht das liegt im Internet schafft es auch noch ne ach Kai nicht die Krise er hat es noch geschafft ey ich hoffe es so schlecht bis warum holt eigentlich keiner die auf dem Dach weg nice one wird den Arsch gerätzt mein Lieber ja gut schieß ruhig die Drohne ab du Genius mein Gott oh nice noch ein Schuss ey äh was wieviel Leben hat die? das kann doch nicht sein dafür möchte ich hier Darwin Award oder sowas bekommen ich hab mich grad einfach selbst mit der Drohne in die Luft gesprengt obwohl ich den Kill einfach hundertprozentig bekommen hätte ja war noch nicht hundertprozent ne leider wieviel Leben achtzig tausend Likes Leben so oh man ich hab grad eins gedrückt aha mein Lieber sniper rifle muss ich sagen die Kopfhörer sind ja echt toll Rauschunterdrückung 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 von außen heißt von oh alter der hat nur noch vier live der Typ hat nur noch vier live der da oben steht der auf dem Dach der da war ein Erbsenagent der hab ich zweimal mit 48 getroffen der hatte nur noch vier live wie gesagt tolle Kopfhörer nur schwitzt man da runter wie scheiße einfach weil die eben abgeschirmt sind ne ist auch schön als Ingenieur auf dem Dach hier rum rumlaufen so geil pass drauf Jungen schafft außer dir keiner nice cool geiler Schuss ja glaub ich echt nicht krass ey bei den Leistungen die man manchmal sieht na die einfach nur unter allerster Kanone sind haha Kanone weil ich ok Outline seine Witze sind echt nur die besten was dein Kopf jetzt sagen wollte auf jeden Fall das hat nicht gewirkt schaffe ich noch schaffe ich noch schaffe ich noch haha schaffe ich zwei leider oh alter ein AP ein verschissener KKP oh das jetzt keiner hier ausprobiert äh dass keiner grad einen Fußsoldaten von uns spielt ne können wir das so schön ausprobieren Kai Christiansen hat wenig ein äh Schwede ist der Christiansen Scheiße ey dick ist er ja ja toll T-Deporter wieder down echt gebaut Woll, wo ist denn die hin? der war geil geschossen dann hab ich ne Teilung so T-Deporter gebaut, sehr gut oh nein da bin jemand weggewichst ey Scheiß ich werd den grad abknallen den Typen äußerst schade oh natürlich stirbt der das war ja mal fail mein Lieber das war ja mal wirklich fail da hast du dich aber mal äh quasi verrissen mein Lieber das war nicht so intelligent oh Gott, ne das war nicht so intelligent oh spring ja rum und mache alle kaputt ja ich würd's auch so machen klar es gibt Erbse na der ist nur normale Erbse ist wie dieser Christiansen schlecht oh nice alter was hab ich noch für Schüsse drauf mit dem Kollegen das ist ja wohl der Oberhammer äh ohne Scheiß heute hab ich aber mal richtig gute Schüsse drauf jetzt keiner tschüss Heilung bitte ah scheiße hier ist befiehlt anstatt einfach zu drohen zu bitten Heilung Heilung los ja die Heiler man soll noch Heilung stellen machen die aber nie weil die keine Heiler sind ne rechts ist ein genau der da Christin? ja sehr gut ich geh mal nach vorne ich glaub ich den Teleporter kriege ich kümmere mich um die der Christiansen ist wieder da auf dem Dach Achtung ich probier mal Overtime auch hier ist der Town Cup den ich zielen kann anscheinend komm ein bisschen blöd ach das ist Pill was aber schlecht gezielt Junge ist er rüber gesprungen ich flippe aus Scheiße ey Witz gerade aufgebaut ne so ein Scheiß echt? naja äh hier ist noch Pill ne ich Pill Kalkers Jansen weißt du mit der MLM und links auf dem Dach steht auch noch ein Erbsenagent der hat mich gerade weggewichst gerade eben der ist weg jetzt sind alle tot ist der tot Alter das darf doch nicht wahr sein Junge geh weg das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht wie viel Leben hat der? eine Sau mitläuft Mann das kann doch nicht sein ohne Witz den verfolgt hab den Kerl und den nicht verreicht was so jetzt hole ich die die Knechte da rechts weg so einer ist schon auf dem Weg zum Teleporter ein Ingenieur von uns ich verfolge ihn mal falls er gekillt wird ist Spiderpants stinkst nach Kacke naja das Kerl krieg den gebaut sehr gut sollt man ja einen guten Zombie auf den Weg holen ohne auslachen ich auch ich muss hier auch Stärke präsentieren gut wir sehen wir auch gerade sitzen woop noch der Schlag der ist nicht so geil so überall stehen wieder nur behinderte Haltstation ja gut ich brauchte eine Teilung ja mit behinderte Haltstation zumal nicht behindert behindert ne also die langsamen Behinderten Achso die Behinderten meinst du ne die Behinderten und die guten Leuten ich hab noch was snackt den Kollegen da geh ich mir in den Garten rein da du ja dahinten da du ja dahinten beschäftigt bist natürlich machst du schön das macht auch außer mir sonst keiner der Christensen ist wirklich nur auf den Teleporter fixiert ne mhm einerseits gut aber wenn so viele Leute im Dingens drin sind im Garten dann krieg ich mich auf was anderes oh was war das denn ich hab mich ja das Pedel ach der der hat mich weg geholt es ist schon schön wie Pedel einfach immer auf andere Klassen wechselt und versucht mich damit zu töten was trotzdem nicht hinbekommt so guck mal ob ich den Teleporter kriege ist das Kai? ich versuche es aber Pinde so ich komm ich kriege ihn ich kriege ihn gebaut jo tschüss Pferd 2006 ja da ich es in der Luft erwischt wir sehen hier war das mein Lieber aber nicht gut genug Scheiße der Christensen ist hier Scheiße Kai ist hier du sitzt dich auch nicht für mich oder? ach du bist doch ein Arsch ey im Dach kann jeder rum eiern Arsch da sind noch Werner Christensen ist da oben auf dem Dach drauf hinten beim Teleporter ja ja kann aber leider grad nicht hoch gehen so so was euch ne gute Idee ne ich könnte ihn stun warte der ist unten der ist unten hä ist der wieder oben? ja ist der wieder hoch wieder hoch hast du? ne ich bin noch dran da und was da und ist da und ist da und ich bin noch aufgeschossen so ja der Teleporter wird dann auch geworden ist okay Teleporter wird gesetzt okay dann stelle ich dir noch Heilung danke ein Zombos Zombos Industries ich sag ein bisschen was da vorne sitzen sollen das sind wir sehen ich hoffe ich den eigentlich mit der Drohne einfach mal da rein weg geholt schade das war abzusehen ich war eine Chance in den Ufer ich würde jetzt gerne sterben schade jetzt würde ich gerne sterben wenn ich mich jetzt vorne stehe PIL das nutzt doch nächstes sowieso O02 Heu 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 Oh Gott Heu 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 Jetzt kommt PIL mit der Ausrede Pflanze ist viel schwieriger als Zombie ja hast du recht das eine hat was mit dem anderen zu tun NICE Alter zwei Leute zwei Schüsse sehr geil okay drei Schüsse Teleporter ist links ja NEIN wow die Handlung ist echt perfekt gestellt krass Junge ein Glück dass ich den nicht sehe als Ingenieur das war eine Tatsache an mein Gehirn das war nicht mal nicht gerichtet ja trotzdem höre ich zu ja will aber niemand die ganze Zeit Heilung boah was hat die Idioten geh weg nee dein Geschoss ist zu langsam für mich oh nice hab ich ne Kaktee weg geholt sonst hätte ich den Kollegen noch weg geholt der sind Christiansen hoch kommt ne Lus angerollt ich löse dich ab ich löse dich ab ich baue doch gerade Kollege was hast du da noch rum ja scheiß Luftschlag ne ja Luftschlag ist scheiße er hat mich jetzt getötet aber der Wissenschaftler der drei Minuten lang um mich rum gelaufen ist und dann auf die GFD gekommen ist mich zu heilen ist ja alles ne Kai geh weg aber dieser Kai geht mir auf den Sack an ganz ehrlich das ist voll die Plage ey mittlerweile ist es einfach nur komm Kai geh weg ja er kann ja spielen muss man ihn mal lassen er kann ja wirklich spielen aber er ist einfach ne Plage der Kerl ist ja auch ein Level 313 oder ja komm mal raus boah krass alter scheiß Bohnen oh bing 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 double ping bing ja wissenschaftler denk ich mal ich denk mal auf wissenschaftler jetzt gerade rein bing natürlich auch noch sehr fair dann soll ich rein und haben wir gewonnen ja lauf komm geh mal rein nein du stehst da einfach schon noch ja ich wollte eigentlich in die Drohne noch ah 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 wuuu reiht ihn bb reiht ihn hart und sag mal noch ja man einfach mal den Rocker hier rausgehängt da am Ende der Sprung Kaka ja auf jeden Fall boah alter die letzten zwei Runden ey das waren wieder einzelne Folgen ey ohne Spaß was 16.000 Münzen 16.000 Stimmt hab ich ein Pack gemacht 16.5 oh so was steht jetzt bei deinem Erstschlag 44 ja ach der war echt früh ne leck mich am Arsch 44 80 fand ich cool hat Spaß gemacht ah ja gerade der Erstschlag der hat es mir noch eingebracht dass ich vor dir komme vor dich gekommen bin bist du nämlich Sonderpunkte hinter mir hat gerade noch gereicht ist ein Arschloch mein Arsch ja Pech gehabt ja egal dann äh sind wir weg ne sag mal was jetzt hab ich gemacht ja gut dann vielen Dank fürs Zusehen Leute ich hab doch in die Kommentare was wir jetzt nicht gespülen könnten schau doch bei mir in den anderen rein je nachdem bei wem ihr guckt und dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal tschüss tschau 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 bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal